Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale, in Klammern Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Gesetz, Drucksache 19280 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist fünf Minuten, und die Einbringung erfolgt durch Herrn Staatsminister Al-Wazir. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schon vor einigen Jahren hat der Bundesgesetzgeber das Umsatzsteuergesetz an die europäische Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem angepasst. Davon ist auch die Besteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts, also die öffentliche Hand, betroffen. Übergangsweise kann noch bis Ende dieses Jahres die alte Besteuerungsregel angewendet werden. Ziel dieser sogenannten Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist es, die Verfälschung von Wettbewerbsbedingungen zu verhindern und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu schützen. Das sind Ziele, die wir sehr gut finden und grundsätzlich begrüßen. Ohne eine Anpassung des WIBankgesetzes hätte die neue Umsatzsteuerregel jedoch für einen Großteil der Leistungen, die unsere Förderbank für uns als Land im Rahmen der monetären Ausführung des öffentlichen Fördergeschäfts erbringt, die sogenannte Umsatzsteuerbarkeit in Millionenhöhe zur Folge. Bezahlt werden müsste dies aus dem Landeshaushalt. Die entsprechenden Anpassungen im Umsatzsteuergesetz, welche zum 01.01.2023 in Kraft treten, wollen wir daher zum Anlass nehmen, um rechtlich den Status quo klarzustellen und zu manifestieren. Unser Augenmerk liegt dabei auf der Präzisierung bereits bestehender und gut funktionierender Strukturen und der Schaffung von Rechtssicherheit angesichts der neuen Rahmenbedingungen. Genauso wichtig ist es, öffentliche Gelder verantwortungsvoll einzusetzen. Mit der Gesetzesänderung soll die bestmögliche Nutzung öffentlicher Ressourcen sichergestellt werden. Die vorgesehene Änderung des WIBankgesetzes und die hierzu zu erlassenen Rechtsverordnungen dienen der umsatzsteuerrechtlichen und im Sinne des § 7 LHO der finanzwirtschaftlichen Konkretisierung der ohnehin bereits bestehenden Aufgabenübertragung auf die WIBank. Bereits heute obliegt der WIBank die monetäre Ausführung des öffentlichen Fördergeschäfts des Landes und die damit verbundene Beratung. Nun sollen diese Aufgaben, welche ohnehin von ihr wahrgenommen werden, ausschließlich auf sie übertragen werden. Flankiert wird diese Klarstellung durch neue Implementierung einer Verordnungsermächtigung, die es den jeweils zuständigen Ressorts ermöglicht, flexibel die Details der spezifischen Förderprogramme zu regeln. Im letzten Schritt sollen die Feinheiten wie konkrete Leistungsinhalte und Bedingungen dann in öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen den Ressorts und der WIBank geregelt werden. Durch diese Anpassung stellen wir sicher, dass die Abwicklung des Fördergeschäfts auch weiterhin zuverlässig und auf hohem Niveau durch die WIBank erledigt werden kann. Somit können wir zum Beispiel die nötigen Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen wie das Mikroenergie-Darlehen für Klein- und Kleinstunternehmen, über das wir gerade diskutieren, auch in Zukunft von der WIBank abwickeln lassen. Das ist ein sehr konkretes Beispiel. Sie kennen aus der Vergangenheit die vielen Punkte, die die WIBank für uns macht und gemacht hat. Die Landesregierung ist davon überzeugt, dass die derzeitige Aufseilung der Aufgaben zwischen der Landesverwaltung und der WIBank im Grundsatz bereits jetzt gut und richtig und daher grundsätzlich bewahrenswert ist, aber eben zugunsten von mehr Rechtssicherheit angepasst werden sollte. Deswegen wollen wir zeitgemäße Änderungen auf den Weg bringen, die Landesmittel verantwortungsvoll zu verwenden und bitten daher um Zustimmung zum Gesetzentwurf. Danke, Herr Staatsminister, für die Einbringung. – Die Debatte eröffnet Herr Dr. Naas für die FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben heute Abend ein zweites, relativ sperriges Gesetz, nämlich das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale vor uns. Ich will es an dieser Stelle kurz machen. Ja, wir werden diesem Gesetz zustimmen, und trotzdem ist es notwendig, an der Stelle das eine oder andere noch zu sagen. Ich fange einmal vorne an. Dass wir die WIBank haben, ist eine gute Sache. Sie ist geschaffen unter der schwarz-gelben Landesregierung damals. Sie ist natürlich ein gutes Förderprodukt bzw. eine gute Förderbank, wie sie die meisten Bundesländer haben. Es ist auch richtig, dass es hier eine notwendige Anpassung ist, eine Anpassung, die die Umsatzsteuerpflicht für hoheitliche Aufgaben beseitigt als Ausnahmetatbestand. Das ist gut und richtig, und dem stimmen wir auch zu. Das heißt natürlich nicht, dass wir gelegentlich an dem einen oder anderen Förderprodukt unsere Kritik haben. Wir haben uns auch hier schon einmal ausgetauscht über die Frage, wie es eigentlich mit der Mikroliquidität aussieht. Daraus kann man da vielleicht nach zwei Jahren Krise auch auf die Rückzahlung der Darlehen verzichten und unter welchen Umständen soll das passieren? Da haben wir letzte Woche auch konkrete Vorschläge gemacht, weil wir der Auffassung sind, dass viele Betriebe, kleinere Betriebe, die im Moment natürlich mit den Energiekostenringen vielleicht hier an dieser Stelle auch eine Entlastung notwendig haben. Wir erwarten da konkrete Zusagen von der Landesregierung. Wir sind gespannt, was bei dem Sozialgipfel herauskommt. Die haben konkrete Vorschläge dazu letzte Woche gemacht. Da wäre es gut, gerade auch dieses Förderprodukt noch einmal in den Blick zu nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt gelegentlich noch weitere Kritik an der WIBank, trotz der grundsätzlich guten Arbeit. Dazu zählt sicherlich, dass die Eigentümerquote nach wie vor in Hessen zu niedrig ist und dass wir uns an der einen oder anderen Stelle eine bessere Bearbeitungszeit wünschen, was die Eigenheimdarlehen angeht. Die sind zu lang, die Zinssätze sind jetzt wieder attraktiv mit steigenden Zinssätzen, aber die Bearbeitungszeit von acht Wochen ist zu lang. Ich bin der Auffassung, da muss die Landesregierung nachjustieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben eben gesagt, Sie sind seit Monaten mit diesem Gesetz beschäftigt. Wir hätten uns gewünscht, dass Sie vielleicht dieses Gesetz etwas früher eingebracht haben. Denn die Gesetzeslage, Kollege Eckert weiß, was ich meine, ist jetzt nun seit fünf Jahren klar, weil seit 2017 klar ist, dass es hier nur eine Übergangszeit gibt, und zwar bis zum 01.01.2021. Bis dahin hätte man schon reagieren können. Es hat dann im Bundesrat noch einmal eine Verlängerung um zwei Jahre gegeben. Aber seit zwei Jahren steht fest, dass wir diese Präzisierung brauchen. Dieses Gesetz so spät einzubringen, das halte ich schon für sehr sportlich. Ich kann Ihnen sagen, wir werden morgen eine Sondersitzung des WVA dazu haben. Wahrscheinlich werden wir auch auf die Anhörung verzichten, sodass wir dann das Gesetz im Dezember noch verabschieden können. Aber von einer gut aufgestellten Landesregierung erwarte ich mir da etwas mehr Blick, auch auf die Fristen. Das ist mein letzter Appell. Ab und zu einmal in die Wiedervorlagen schauen, Herr Minister. Oder Herr Staatssekretär, ist vielleicht wichtiger, als nur Pressemeldungen freizugeben. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Naas. – Für die AfD erteile ich Herrn Lichert das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wir debattieren hier den Gesetzentwurf der Landesregierung, dessen Namen ich jetzt nicht wiederholen will. Eine richtige Debatte wird es wahrscheinlich eher nicht werden. Das gibt dieser Gesetzentwurf nicht her. Die Hintergründe hat der Herr Minister dargelegt. Es geht im Kern darum, die Umsatzsteuerfreiheit für juristische Personen des öffentlichen Rechts zu bewahren, sofern sie, wie es im Gesetzentwurf heißt, öffentliche Gewalt vollziehen. Um diese Umsatzsteuerfreiheit zu erhalten, ist dieses Gesetz notwendig. Das ist natürlich sinnvoll, aber zugleich auch ein wenig langweilig. Weil wir Langeweile hier natürlich gar nicht mögen, wollen wir doch die Gelegenheit nutzen, noch einmal kurz über die WIBank zu sprechen. Wenn wir über die WIBank sprechen, dann müssen wir das immer auch mit großer Dankbarkeit tun. Denn die WIBank war der Arbeitsmuskel des Landes Hessen bei den diversen Corona-Hilfsprogrammen. Und ich kann auf jeden Fall für unsere Fraktion sprechen, dass wir uns bei allen Mitarbeitern und auch der Führung des Hauses ausdrücklich bedanken wollen. Denn für die ohnehin stark gebeutelnden Unternehmen wäre es mit Sicherheit sehr, sehr viel schwieriger geworden, wenn nicht die WIBank wirklich ihr Möglichstes getan hätte, um dort die akuten Leiden durch die Corona-Maßnahmenkrise zu lindern. In Kürze, was bedeutet das, was die WIBank macht? Das macht sie richtig gut. Aber macht sie denn auch das Gute und das Richtige? Und diese Frage können wir eben nicht an die WIBank richten, sondern an die Regierungsbank hier hinter mir. Einen Augenblick mal, Herr Lichert. Sie haben zwar angekündigt, dass Sie nicht zum Gesetzentwurf reden wollen, sondern über die WIBank. Ich bitte aber trotzdem, jetzt zum Tagesordnungspunkt zurückzukommen und sich auf das Gesetz zu reagieren. Herr Präsident, vielen Dank für diesen Hinweis. Wie gesagt, es geht um den Arbeitsmuskel der Landesregierung. Insofern müssen wir da natürlich auch ein wenig inhaltlich einsteigen. Ich hoffe, das werden Sie mir zugestehen, damit es eben verständlich wird, worum es hier aus unserer Sicht geht. Da müssen Sie besser zuhören. Ich glaube, uns trittig ist es, dass wir gerade in Zeiten der selbst verursachten Energiekrise extrem verantwortungsvoll mit Steuerzahlergeld umgehen müssen. Das bedeutet, dass wir für alle, ausnahmslos alle Förderprogramme, die natürlich durch die WIBank umgesetzt werden sollen, eine wirksame Erfolgskontrolle brauchen. Denn andernfalls ist einfach nicht sichergestellt, dass die Programme die politisch und hoffentlich gesellschaftlich gewollten Ziele tatsächlich erreichen. Wenn etwas zu kompliziert, zu schwer zu messen oder auf sonst irgendeine Art und Weise zu schwer zu greifen ist, dann ist aus unserer Sicht völlig klar, dass in diese Bereiche eben auch kein Steuerzahlergeld fließen darf. Das beste schlechte Beispiel dafür ist der Blindflug bei der CO2-Vermeidung und vor allen Dingen den CO2-Vermeidungskosten, wie es über die Landesenergieagentur stattfindet. Dort findet keine systematische Erfassung statt, und das muss bei den Programmen der WIBank grundsätzlich immer gewährleistet sein, aus unserer Sicht. Damit möchte ich auch überleiten zu einer der wahrscheinlich häufigsten Modevokabeln, die uns hier begegnet. Es ist die Nachhaltigkeit, und wir sollten uns vielmehr mit der Nachhaltigkeitslücke beschäftigen, die komischerweise in den letzten Jahren aus den Berichten des Rechnungshofs ein wenig verschwunden ist. Ich möchte die Notwendigkeit einfach anhand einer Zahl illustrieren. Wenn man die implizite Staatsschuld nach dem renommierten Ökonomen Bernd Raffelhüschen zugrunde legt und diese auf alle Deutschen unter 18 Jahren verteilt, dann kommt man zu einer impliziten Staatsschuld pro Kopf von 176.000 €. Dieses Päckchen hat jeder junge Mensch zu tragen, und das ist genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit, meine Damen und Herren. Zur Wahrheit gehört auch, wenn man die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zugrunde legt, leben wir zurzeit mit einer Steuerquote, die die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik ist, 24,4 %. Die Abgabenquote ist mit 42,2 %, ebenfalls die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur bei der Sozialbeitragsquote waren wir Mitte der 90er-Jahre noch ein wenig höher als heute. Was bekommen wir dafür? Ich muss es nicht wiederholen. Die Infrastruktur ist in desolatem Zustand. Die Bildungseinrichtungen werden ihrem Lehrauftrag kaum noch gerecht. Die Gesundheitsversorgung hängt an seidenen Faden und, 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 meine Damen und Herren. Deswegen ist es so wichtig, dass die Mittel, die über die WIBank, so handelt es sich ja zumeist um freiwillige Leistungen, maximal effektiv eingesetzt werden müssen. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Lichert. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Kinkel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Staatsminister hat es geschildert. Umsatzsteuerrechtliche Veränderungen auf Bundesebene machen es notwendig, dass wir das Gesetz in Hessen ebenfalls anpacken. Ich denke, es ist auch nachvollziehbar, dass diese Gesetzesänderung notwendig ist, damit sich die WIBank auch zukünftig darauf fokussieren kann, was eben die Hauptaufgabe ist, die Fördertätigkeiten, und dass es zu einem sinnvollen Einsatz der Mittel kommt. Die WIBank ist ohne Zweifel ein wichtiges oder das wichtigste Instrument der Wirtschaftspolitik in Hessen, vor allem wenn wir an die großen Herausforderungen denken, die aktuelle Energiekrise, die Kostensteigerungen, die viele Unternehmen natürlich auch belasten, und natürlich auch die Klimakrise, weshalb wir unsere Wirtschaft und damit auch natürlich die Unternehmen sozial und ökologisch umbauen müssen. Das alles braucht eine feste Rahmenbedingungen, eine leistungsfähige Förderbank. Daher ist dieser Gesetzentwurf auch gut. Das hat hier auch keiner der anwesenden Redner bestritten. Gerade in den Krisenzeiten, in denen wir uns befinden, ist es wichtig, dass die WIBank gut aufgestellt ist. Das ist sie. Ich glaube, das kann man auch rückblickend mit dem Blick auf die Corona-Pandemie zeigen. Da wurden viele Hilfen direkt über die WIBank beantragt. Das hat dazu geführt, dass die WIBank an sich sehr viel sichtbarer und bekannter geworden ist und sehr viele Menschen direkt bei der WIBank nachgefragt haben und dort Kontakt aufgenommen haben. Das hat auch diese Situation, die sie meisterhaft bewältigt haben, gezeigt, dass die WIBank mit den hohen Nachfragen durchaus gut umgehen kann und dass sie auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Wirtschaft in Hessen verhältnismäßig gut durch diese Corona-Pandemie gekommen ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Gerade erleben wir wieder so eine Krisensituation. Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. Aber wir sehen schon jetzt, dass die hohen Energiepreise und die Unsicherheiten die Unternehmen belasten. Deshalb kommt der WIBank auch aktuell wieder eine Schlüsselrolle zu. Die Landesregierung hat das Hilfsprogramm aufgelegt. Auch das Mikroenergieprogramm, das jetzt durch die WIBank abgewickelt wird, braucht eine gute Ausstattung einerseits, gute Mitarbeitende, die in der WIBank zweifellos arbeiten, und klare politische Rahmenbedingungen. Das geben wir Ihnen unter anderem mit diesem Gesetzentwurf. Damit herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Kinkel. – Für die SPD erteile ich Herrn Eckert das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es richtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt und wir mit diesem Gesetzentwurf etwas vornehmen. Kollege Dr. Naas hat schon hinreichend darauf hingewiesen, dass es in diesem Bereich eigentlich schon seit langer Zeit deutlich gemacht werden musste. Herr Minister, ich finde es auch gut, dass wir die 9,4 Millionen € – so schreiben Sie es auch in der Begründung zu dem, was wir sonst an Fördervolumen haben, die 9,4 Millionen €, die das ausmachen würde, die wir als Land Hessen zahlen müssten, für etwas Sinnvolles, nämlich für Förderung, für Wirtschaftsförderung ausgeben, ist auch, glaube ich, richtig und sinnvoll. Aber ich bin sehr gespannt bei dem Punkt, der auch im Gesetzentwurf mit drinsteht, in der Frage der Rechtsverordnungen, damit alles sozusagen auch rechtssicher in der WIBank umgesetzt werden kann. Gerade da, glaube ich, stellen wir uns oft selbst auch ein Bein, in dem wir doch gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung sehr kompliziert, sehr komplexes Beschreiben, Verfahren aufbauen. Und am Ende ist es ganz oft bisher – und da, glaube ich, liegt eine Chance auch, wenn wir jetzt über so ein Thema reden – die Frage von bisher Closed Job zwischen Regierung und WIBank, also alles alleine auf der Seite der Exekutive, wie wir es schaffen, Politik in diesem Bereich auch mit einzubeziehen. Denn einfach, so wie es drinsteht, es gibt auch ausschließliche Überweisungen an die WIBank. Und das Parlament so irgendwie gar nicht mit einzubeziehen in der Frage, was sind denn die Rahmenbedingungen von Förderprogrammen und Ähnlichem, – das wäre, glaube ich, eine echte Chance und Notwendigkeit, über die man bei so einem Gesetz auch mitdiskutieren müsste, in der Frage, wie wir dann auch unser Geschäft mit und für die WIBank organisieren. Meine Damen und Herren, es gibt ja ein paar Themen, die wir auch für die WIBank noch einmal diskutieren müssten. Bisher ist es bei Förderprodukten im Moment der Fall, dass die, die wir fördern wollen, zur Nachweisverpflichtung, dass sie alle Mittel ordentlich ausgegeben haben, da wirklich sitzen und Tankquittungen und Parktickets aufkleben müssen. Und auf der WIBank sitzen Menschen, die das alle kontrollieren müssen. Warum haben wir da nicht den Mut, im Bereich von Verwaltungskostenpauschalen auch zu arbeiten, damit wir wirklich Hilfe dahin bekommen, wo sie denn notwendig ist, und wir nicht einfach Verwaltung organisieren? Meine Damen und Herren, gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung könnte das wirklich etwas sein, was auch für die WIBank und wir auch als Landesgesetzgeber mitdiskutieren sollten. Oder wenn mir ein Bürgermeister aus meinem Wahlkreis berichtet, dass, nachdem er EU-Mittel durch die WIBank zugewiesen bekommen hat, dann nicht nur der Kontrolleur der WIBank da war, der dann völlig zu Recht durchaus auch einmal kontrolliert hat, ob alles richtig gelaufen ist, sondern der Kontrolleur bringt seinen eigenen Kontrolleur schon wieder mit, der dann entsprechend mitkontrolliert. Das können wir im Zweifelsfall niemandem draußen erklären. Herr Staatsminister Wintermeyer, wenn Sie schon von der Regierungsbank hineinrufen, es gibt Bundesländer, die das anders und besser hinbekommen in diesem Bereich, und das ist auch Deutschland. Es gibt also auch hessenspezifische Themen, in denen wir tatsächlich in der Frage von Mittelverwendung und Organisation auch Hausaufgaben machen können, meine Damen und Herren. In der Tat, und damit will ich auch schließen, gibt es insgesamt – das haben wir versucht auch schon einmal wieder in parlamentarischen Initiativen – ich weiß, Frau Kollegin Geis hat da auch im Bereich Controlling schon einmal nachgefragt –, was geben wir eigentlich als Steuerzahler mit aus für den großen Bereich der Wirtschaftsförderung und wie viel verbrauchen wir eigentlich selbst in dem Zusammenspiel zwischen Ministerialbürokratie und den unterschiedlichen Spielern auf staatlicher Seite? Wie viel daraus kommt bei den Unternehmerinnen und Unternehmern an? Wie viel kommt bei den Kommunen an, wenn wir Förderprodukte aufstellen? Das, meine Damen und Herren, wäre die eigentlich spannende Frage, weil ich glaube, ohne dass wir mehr Geld ausgeben müssten, könnten wir effizienter und direkter helfen. Auch das wäre etwas, wo wir uns rund um das Thema WIBank gerne unterhalten könnten und sollten. Ich glaube, das, was die Landesregierung hierbei vorschlägt, nämlich die Umsetzung, damit wir keine 9,4 Millionen € mit ausgeben müssen, sondern sie vielleicht ausgeben können, direkt in Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist ein guter und sicherlich sinnvoller Vorschlag. Da können wir das sicherlich auch mit den Unterlagen der Landesregierung bei der Anhörung irgendwie schnell organisieren. Von daher glaube ich aber, dass wir uns über die Inhalte, die dahinterstehen, vertiefter unterhalten müssten, weil das Parlament auch beim Thema Wirtschaftsförderung aus meiner Sicht eine stärkere und intensivere Rolle für die politische Steuerung spielen sollte. Ich glaube, wenn wir heute über dieses Gesetz reden, war mir das wichtig, das hier auch noch einmal anzusprechen. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. – Für die CDU hat sich Herr Bamberger zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu dem Gesetzentwurf in der technischen Betrachtung. Es hat eine rein technische Natur, um den Anforderungen des § 2b Umsatzsteuergesetz zu genügen. Das haben wir jetzt alles mehrfach gehört. Durch die Ermächtigung im Gesetz soll durch Einzelverordnung sichergestellt werden, in welchen Fällen denn die WIBank ausschließlich beauftragt werden kann, sodass hier keine Umsatzsteuer auf die Dienstleistungsvergütung fällig wird. Und in welchen Fällen die WIBank einer von mehreren Dienstleistern wäre, deren Leistungen dann in diesem Fall umsatzsteuerpflichtig sind. Die WIBank ist – das ist heute Abend zu Recht mehrfach angesprochen worden, aber auch ich möchte das noch einmal betonen – gerade in Krisenzeiten ein ganz unverzichtbarer Bestandteil der hessischen Landespolitik. Für diese Aufgabe müssen wir sie auch entsprechend ausstatten und entsprechend deutlich unterstützen. Dieser Gesetzentwurf ist ein Beitrag dafür, dass die WIBank eben ihre Aufgaben so zuverlässig erfüllen kann, wie sie das in der Vergangenheit getan hat und wie sie das gegenwärtig und auch in Zukunft tun wird. Lieber Herr Eckert, da möchte ich kurz noch auf Sie eingehen. Ich habe da jetzt ein bisschen Kritik herausgehört. Sie sehen Verbesserungsbedarf bei der Verwendung und Organisation. Sie sprechen an, die WIBank solle doch effizienter und direkter arbeiten können. Ich habe einen völlig anderen Eindruck. Wenn ich mich bei meinen Ex-Kolleginnen und Kollegen aus der Sparkassenwelt so umhöre, dann ist die WIBank in all diesen Fragestellungen absolut führend und topzuverlässig. Sie ist effizient und direkt. Wenn der einfache Sachbearbeiter bei der WIBank anruft und eine technische Frage hat, dann hängt er nicht stundenlang in irgendeiner Hotline, sondern er hat sehr schnell seinen Ansprechpartner, der ihm qualifizierte Auskünfte erteilt. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr starke und eine sehr leistungsfähige WIBank, die die Hilfsprogramme gerade in der Corona-Pandemie kraftvoll und zuverlässig umgesetzt hat. Dafür verdienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WIBank auch unsere Anerkennung und unseren Lob. Von dieser Stelle aus herzlichen Dank an die Beschäftigten der WIBank. Im Weiteren ist dann vielleicht noch einmal deutlich zu machen, dass natürlich dieser Gesetzentwurf, der jetzt hier vorliegt, vor allen Dingen auch denjenigen zugutekommt, die von den Förderprogrammen, die die WIBank umzusetzen hat, dann auch davon profitieren werden, indem die WIBank von der Umsatzsteuerpflicht dann befreit ist. Insofern ist volle Unterstützung von unserer Seite selbstverständlich. Vielen Dank. Danke, Herr Bamberger. Wir sind am Ende der Aussprache zur ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA. Meine Damen und Herren, wir sind damit auch am Ende des heutigen Plenartages angekommen. Es findet jetzt der parlamentarische Abend des BUND Hessen hier im Landtagsrestaurant statt. Mir bleibt Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Wir sehen uns morgen früh. Die Sitzung ist geschlossen. Aufschlug ist. Blei laufen. Es cooperate fermiers namens.